Es ist heute sehr snowy. Weißt du, Saphir? Ich war literally vom Büro raus kurz zum Pissen, deswegen habe ich meine Schuhe nicht ganz an. Und das ist mir alles neu. Es gab nicht mal Regen, jetzt ist einfach Winter gespawnt. Wer hat diesen Level zwei Seasons früher freigeschaltet? Mein Kühlschrank. Und ich sage euch ehrlich, wenn ihr Geheimtipp wollt, das kommt wirklich zu gefährlich, zu gefährlich. Schön. Ui! Neum, come on. Und dann geht's euch. Oh, das war's?